So, schönen guten Tag. Ich weiß ja, einige sprechen auch Deutsch. Und ich habe, die meisten meiner Folien sind Englisch, sodass die anderen sie auch lesen können zumindest. Das Thema ist heute Global Change. Global Change hören wir fast jeden Tag in unseren Medien, die wenigsten Leute wissen, was sich damit verbindet. Ich will Sie darüber informieren, als erstes, was verstehen wir als Geografen oder als Naturwissenschaftler unter Global Change? Ich möchte jetzt представieren, was wir haben, was wir haben, was wir haben, was wir haben, was wir haben. Es ist nicht nur Klimawandel. Global Change betrifft die Veränderungen globaler Sphäre in der Ökonomie, in der Psychologie, aber auch in der Naturwissenschaften seit dem Beginn der Industriealisierung. Und diese Veränderungen haben globalen Auswirkungen. Und diese Veränderungen sind nicht nur Klimawandel, sondern auch in der Ökonomie, in der Ökonomie, in der Psychologie. Und diese Veränderungen sind die Veränderungen, in der Ökonomie, die einen großen Teil der Lebensgrundlagen der Menschheit betrifft. Und diese Veränderungen sind nicht nur die Ökonomie, sondern auch die Ökonomie und die Ökonomie, die entstehen. Was sehen wir an dieser Abbildung gesehen als globale Erscheinung? Den Anstieg der Weltbevölkerung, den Anstieg der Bruttosozialprodukte, den Anstieg der Wassernutzung, den Anstieg des Verbrauchs an Papier als Indikator des Globalen Wandels? In diesem Fall hier представлены различные Grafiken, auf denen bezeichnen различные явления, связанные с природой. Например, не только с социумом. Например, первый график был связан с ростом численности населения, затем связанный с потреблением социальных продуктов. Например, как один индикатор, косвенный показатель. Это последний график был потребление бумаги. Diese Erscheinungen betreffen sowohl die Anthroposphären, die durch den Menschen bestimmten Sphären, als auch die Natursphären, wie die Atmosphäre, Hyprosphäre oder Biosphäre. Ein Beispiel für die Globalisierung ist der internationalen Tourismus. Denn wir sehen, wie der internationalen Tourismus in den letzten Jahren sich entwickelt hat und wie er sich entwickeln wird. Und auch die russische Bevölkerung ist sehr aktiv am internationalen Tourismus beteiligt. Например, такой важный косвенный показатель – это рост туристических прибытий во всем мире. И в данном случае мы видим тоже, что здесь представлено несколько регионов Всемирной туристской организации, и мы понимаем, что здесь тоже серьезный вклад, довольно связанный с Россией. Auch die Häufung der McDonald's-läden auf der Welt ist ein Indikator für globalisierung, für global change, wenn wir das hier an diesem Beispiel sehen. Bitte. Еще один наиболее близкий индикатор, о котором можно судить, а, так сказать, уровне интенсивности, рост, глобализации – это, конечно же, потребление в McDonald's. Gibt es auch in Parnauil? Nein. Noch nicht? Nein, noch nicht. В Parnauil пока нет. Das ist wirklich nicht so. Das ist wirklich ужасно. So, aber diese Entwicklungen haben регионale und zeitliche Unterschiede, wie wir das jetzt hier sehen, am Beispiel des Nationalproduktes, dass, wenn wir uns die ehemalige Sowjetunion jetzt ansehen, nach dem Verfall der Sowjetunion Defizite aufweist, während die EU-Staaten kontinuierliche Steigerungen mehr oder weniger aufweisen. Wir sehen, die Welt wird immer reicher, aber das trifft nicht alle Staaten gleichmäßig. Ein mehr geografischer Indikator der Globalisierung ist die Urbanzierung. In der Zwischenzeit leben über 50% der Weltbevölkerung in Städten. Dieser Prozess ist von Beginn des 20. Jahrhundert von 14% in der Zwischenzeit auf 52%. Und wir sehen, dass diese Urbanisierung in den einzelnen Städten, die Sie jetzt hier erkennen, zum Beispiel in Chengchun in China, eine rasante Entwicklung mit diesen orangen Farben, wie sich das zwischen 1990 und 2000 entwickelt hat, die Ausbreitung der Städte durch orangen Farben. Zum Beispiel in Chengdu in China. Das ist Chengdu, das ist Wartschau, das ist Sacramento. Das ist Sacramento, Wartschau. Und das ist Bungalore in Indien. Ja, das sind einige aus Ärzten, aus Ärzten, aus Ärzten, aus Ärzten, aus Ärzten, aus Ärzten. Das ist das, was in 1990. Und das ist das, was in der Zwischenzeit war. Und das ist das, was in der Zwischenzeit war. Besonders drastisch und dramatisch sieht man diese Veränderungen, am Beispiel von Dubai. Mit diesen Kunststädten, mit diesen Inseln, die hier neue Siedlungsformen darstellt. Das ist das, was in den Nassipen sind. Die sind neue Formen von Beselungen. Wenn wir uns unter diesem Blickwinkel eine Karte der USA ansehen, erkennen wir, wo vor allen Dingen Land Coverage Change, das heißt Land Nutzungsveränderungen, im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts stattgefunden haben. Das ist hier im Osten. Und vor allen Dingen hier in Florida. Und durch zunahme der Bevölkerung eine zunehmende Zieglungsdichte, eine zunehmende Urbanisierung zu verzeichnen ist. Was sind die wichtigsten Trends, die wir jetzt zusammenfassen können? Das ist die wichtigsten Trends des globalen Wandels. Zum einen die Treibhausgasemissionen. Die zerstörung natürlicher Ökosysteme. Die zerstörung der Böden. Die oftmals in diesem Zusammenhang wenig beachtet wird. Man muss sagen, dass die Ökosysteme, wie правило, sehr wenig gesprochen wird. Der Anstieg der Weltbevölkerung, der wahrscheinlich bis 2050 auf über 9 Milliarden erfolgen wird. Und, natürlich, der Rost der Bevölkerung, als eine der Probleme bis 1950-jährige Jahrhundert, wird es bereits über 9 Milliarden. Aber auch hier solche Sachen, wie die Zahl von demokratien und demokratischen Staaten, ist in den letzten Jahren deutlicher geworden, obwohl es im Augenblick mit vielen Fragezeichen versehen ist. Und die Rede geht auch über den Prozess der Demokratisierung. Der Rost der demokratischen Staaten. Das muss überhaupt diese Frage stellen, was das aus sich представляt. Ich bin mir dessen bewusst, dass es hier unterschiedliche Interpretationen gibt, was Demokratie ist. Es gibt amerikanische, es gibt deutsche, es gibt russische, es gibt chinesische und es gibt indische Interpretationen. Und ich bin der Meinung, dass es schlimm ist, wenn ein Staat für sich behauptet, den alleinigen Weg zur Demokratie gefunden zu haben. Und der Professor sagt, dass es ein unglaubliches Verständnis ist, wenn eine Lande für eine Lande принимiert für eine Akseome seinen eigenen Weg zu entwickeln, als einzigartiger Weg zur Demokratie ist. Also, mich interessiert als Naturwissenschaftler, was ist unter den globalen Veränderungen in den Natur-Sferen passiert. Und die Natur-Sferen sind die Atmosphäre, die Hydrosphäre, das Meer, die Boden-Sferen. Natürlich möchte ich jetzt darüber reden, dass wir, wie technische Wissenschaftler, die wir, wie technische Wissenschaftler, die wir, die wir verstehen, die Veränderungen in der Natur-Sferen und die klassischen Veränderungen in der Atmosphäre. Die Hydrosphäre ist sehr deutlich. Ein Beispiel, nämlich die drei Schluchten, die wir, die wir uns kennen. Die Hydrosphäre, die Veränderung ist sehr deutlich. Wenn wir uns jetzt erinnern, wie das Bild 1987 und jetzt 2006, wie dieser riesen Staudamm sich hier am Yangtze-Kyang entwickelt hat, welche Veränderungen damit einhergegangen sind, die nicht nur den Fluss, sondern auch die Umsiedlung von Bevölkerung und weiter betrafen. Hier ist ein guter Beispiel. Ein Beispiel, das mit der Veränderung der Veränderung, mit der Veränderung von Ihnen, das ist ein guter Beispiel. Das ist ein guter Bild von Ihnen, wie das drei riesige Räubern in China. Das ist 1987 und dann 2006. Das ist gut, dass die große Pruppel-Sferen, die nicht nur auf die Hydro-Sferen, sondern auch auf die Fluss, sondern auch auf die Fluss-Sferen, insbesondere auf die Fluss-Sferen. Wenn wir uns auf diese Karte, eine Nachtaufnahme aus dem All orientieren, sehen wir mit den hellen Flecken, wo überall Städte sind. Das ist ein Nachtes Bild, auf dem man sehr gut sieht. Das ist ein Licht der Stadt. Deshalb sieht man, dass die Stadt viel größer. Große Konzentration hier im Nordösten der USA, in Europa, in Indien, in China. Die zweite Kurve zeigt den Anstieg von kohlendioxid in der Atmosphäre. Und das ist das Problem, was allgemein sehr häufig mit dem Global Change in Verbindung gebracht wird. Global Change gleich Climate Change. Aber Global Change ist mehr. Natürlich gibt es Indikator für den Klimawandel. Und wenn wir auf diese globale Karte sehen, dann sehen wir vor allen Dingen in der Nordhemisphäre, mit den orangenen Punkten eine Zunahme der Temperatur von 0,8 bis 1 Grad. Pro Dekade. Pro Pro Dekade. 10 Jahre. Entschuldigen Sie, seit 10 Jahren. Здесь представлены такие типичные последствия климатических изменений. Вот все их вы можете и помните, и знаете, можете прочитать. Они связаны с изменением зеркала Мирового океана. Это, конечно же, таяние арктических льдов. Это таяние ледников в целом. Затем проблемы со снежным покровом, примерно в 10% падения, например, там разрушение коралловых рифов и многое-многое другое. И, конечно же, речь идет об экономике, о природопользовании, поскольку здесь тоже происходят типичные, так сказать, зоны природные. Они изменяются, конечно, под воздействием человеческой деятельности или антропогенной деятельности. Heute sind nur noch etwa 50% der natürlichen Landschaften in einem naturzustand. Die anderen 50% sind mehr oder weniger durch Landwirtschaft, durch Dörfer, durch Siedlungen umgewandelt und verändert worden. То есть нужно сказать, что примерно 50% всех естественных ландшафтов, в среднем, конечно, это разная цифра во всех странах, но в среднем 50% уже не являются естественными ландшафтами. Это культурный ландшафт, в лучшем случае, либо то, что географы называют антропогенной ландшафтой, антропогенно-модифицированной и так далее. In Europa sind es 65% der Landschaften, die durch den Menschen dominiert werden. 65%. 65% в Европе, так сказать, ну, это антропогенные ландшафты. In Australien nur 12%. In Australien только 12%. Das hängt mit der historischen Entwicklung, aber auch den Landschaftlichen Gegebenheiten zusammen. Это понятно, что связано с историческим развитием, но, тем не менее, это отражается на ландшафте. Wenn wir uns unsere heutige Landschaft, unseren Globus, angucken, dann erkennen wir überall, wo zum Beispiel Braun ist, Ackerländer. Если мы посмотрим на наш, так сказать, глобус, и увидим здесь как раз изменения, связанные с пашней. Очень важно показать. Ackerländer, wo früher Wald- oder Grassländer waren. И здесь как раз показан такой график, связанный с тем, что пашни, которые когда-то были лесами, либо это были степи. Wir können heute bestimmte hotspots des landnutzungs- oder biosферischen Wandels identifizieren. Und mit den roten oder orangenen Farben sehen wir ein hotspot des ökosystems Wandels ist in den tropischen Bereichen Amazoniens. То есть мы видим с красным помечены как раз вот эти горячие точки, где показано наиболее интенсивное использование, так сказать, пашни. И в данном случае это вот леса Амазонии. И folge davon sieht man hier degradierte böden, die keine nutzung in den nächsten tausend Jahren mehr erlauben. И нужно сказать, что пример такого неразумного использования почвенных ресурсов мы с вами видим, это Badlands, так называемые. Ну, географы знают, и биологи знают это понятие, которое потом уже в течение нескольких там сотен лет... И, например, пример антропогенного влияния в океанах можно посмотреть. Это, конечно, содержание азота в морской воде, вообще как бы в морских экосистемах, и потребление рыбы. Wenn wir uns die Zukunft ansehen, ist die Frage, was wird sich verändern? Und wir sehen hier in Afrika ein großes Konfliktfeld, dass wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Klimawandel und den Landwirtschaftungswandel hier die Tendenz in der Entwicklung in Richtung Savannen eintreten wird. И вот, например, здесь показан как раз огромный такой пояс фиолетовый в Африке, связанный с использованием Savann, лесостеп-степ. Здесь как раз возникают возможные конфликты, связанные с природопользованием, которые возникают в том числе и на фоне климатических изменений и изменений природной среды. Das heißt, aus den europäischen Regenwäldern, die ja für unser Klima so wichtig sind, werden zukünftig, wie es diese Modelle zeigen, bis 2090 wahrscheinlich Savannen werden. Возможно, что если тот подход, который в настоящий момент мы используем в освоении тропических дождевых лесов, то вот к 2090 году возможно на этом месте будут Savannen. А никто не знает точно, что будет, поэтому... Да, это просто вопрос, как предположение, да. So, was sind die Treiber, was sind die Ursachen dieser Veränderung? Какие существуют, так сказать, основы для этих изменений? Es sind drei. Как минимум три. Die Ausdehnung der Landwirtschaftlichen Flächen? Во-первых, это расширение сельскохозяйственных угодий. Die Industrie und der Energie, Konsum? Pотребление индустрии, индустриальных продуктов и энергии. Und die Entwicklung der Menschheit und ihre Agglomerationen? Und, конечно же, это увеличение численности населения, в том числе и процесс urbанизации, рост агломерации. Das fordert die Wissenschaft, aber auch die Politik heraus. Und dem haben sich die internationale Gemeinschaft in vielen Ländern gestellt, mit global-change-forschungen. Und man kann es nicht glauben, weil hier steht United States, die USA, einer der größten Verursacher von Umweltproblemen, gibt auch sehr viel Geld für Forschung aus, auf diesem Sektor. Und eine der Länder, die diese Probleme beurteilen, ist die USA. Sie haben eine sehr finanzielle Ressourcen, um diese Probleme zu erfüllen. Sie werden aus meinen Bemerkungen immer wieder sicherlich heraushören, dass ich ein besonderes Verhältnis zu Amerika habe. Ich wollte nur sagen, dass meine Tochter und meine Engel-Kinder dort wohnen, sondern weil ich Amerika oftmals überhaupt nicht verstehe. Das heißt, die amerikanische Politik und die Menschen manchmal nicht. Das heißt, die amerikanische Politik und die Menschen manchmal nicht. Das heißt, die amerikanische Politik und die Menschen manchmal nicht. Und auch manchmal jetzt, in der Augenblick, in der Situation, in der Diskussion über die Ukraine nicht. Und das da eben auch einen Punkt zu bringen. Ja, einfach... ... возникающая теперь дискуссия über die Ukraine, ich würde nicht über das Thema beschäftigen, aber das ist auch sehr, 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 sehr. So, aber es gibt auch Herausforderungen für die Geografie, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und in diesem Zusammenhang kommen wir jetzt zu dem Thema, was eigentlich die Überschrift hier für den Vortrag darstellt, A New Typology of Global Change Phänomens. Das heißt, wie kann man diese vielen Prozesse, diese vielen Trends, diese vielen Erscheinungsformen zusammenfassen? Das heißt, die verschiedenen Erscheinungsformen in sogenannten sindromen des globalen Wandels integrieren. Und in diesen vielen Erscheinungsformen, es gibt предложения, dass sie mit so einem sogenannten Sinn-Dromen zusammenfassen sind. Dieses Sinn-Drom-Konzept ist aus deutscher Fehler entsprungen. Was ist der Ansatz oder die Idee für dieses Konzept? Das heißt, man kann, der Ansatz ist, die 100 oder 150 verschiedenen Trends des globalen Wandels, ob aus der Bevölkerung, oder der Biosphäre, oder Atmosphäre, oder Sozio-Sphäre, in bestimmte Umweltdegradationsmuster zusammenfassen. Das heißt, man versucht mit dem Begriff »Sünd-Drom«, so etwas ähnliches wie aus der Medizin, der Begriff ist aus der Medizin. Und Sie müssen, wie beim Arzt, erst mal eine Diagnose erfahren, um dann eine Therapie zu generieren. Wir können drei große Gruppen von Sünd-Dromen, die Mensch-Umwelt-Beziehung generieren und unterscheiden. Was ist die, die sich hier mit nicht nachhaltiger Nutzung von Ökosystemen beschäftigt? Die zweite Gruppe beschäftigt sich mit Entwicklungsprozessen der Mensch-Umwelt-Beziehung. Und die dritte Gruppe ist überschrieben mit Abfällen, mit Schadstoffen, die in die Umwelt gelangt sind. Und die dritte Gruppe beschäftigt sich mit Problemen, mit großen Müssen, in großem Sinne, nicht nur die plastische Pakete. Wir haben jetzt hier, es gibt 16 globalen, 16 Syndromen des globalen Wandels, die in drei Gruppen... Diese drei Gruppen habe ich benannt, und wir sehen jetzt hier, und diese kommen nach der Definition überall auf der Erde vor und haben eine Typus-Lokalität, wo sie das erste Mal beschrieben wurden. Ich möchte hieraus noch einige vorstellen und ein Beispiel in der Nähebrigen. Das heißt, das erste, was hier benannt ist, Overcultivation of Marginal Land als Sahel-Syndrom. Das, was wir allgemein als desertifikation kennenlernen, was in der Sahel-Zone passiert. Übermäßige Bevölkerungsentwicklung, zerstörung der spärlichen Vegetation führt zur desertifikation, und das wird als Sahel-Syndrom bezeichnet. Einst der erste, das ist das Sahel-Syndrom. Das ist das Sahel-Syndrom. Hier ist das so, das wahrscheinlich nicht so, wie es ist. Das ist diesertifizierung. Das ist das Söhnen-Desertifizierung. Das ist man über das Proszenie für das Söhnen. Ein zweites Beispiel aus dem Entwicklungssyndrom, das Aral-See-Syndrom, müsste bekannt sein. Was ist passiert am Aral-See? Durch die Ausdehnung der Baumwoll- und Reis-Anbau während der Stalins- und Khrushchev-Zeit, übermäßige Wassernutzung aus den Amur und Syr-Darja führte dazu, dass der Aral-See fast kollabiert ist. Und dieses Syndrom, das Aral-See-Syndrom, das Aral-See-Syndrom, das Aral-See-Syndrom, das Aral-See-Syndrom ist. Das Aral-See-Syndrom ist am Aral-See das erste Mal beschrieben worden. Es kommt aber an anderen Lokalitäten der Erde auch vor, wie am Schad-See. Und natürlich gibt es Schad-See-Syndrom, das Aral-See-Syndrom, das Aral-See-Syndrom in Afrika. Oder in Nord-Amerika, zum Beispiel im Imperial Valley, im Süden von Kalifornien, haben wir auch ein Beispiel für das Aral-See-Syndrom in Kalifornien. Also, ich möchte Ihnen jetzt hier vorstellen, dass, oder wenn wir auf die Karte gucken, sehen wir, wo diese Syndrome jetzt hauptsächlich verbreitet sind. Sie haben immer überschneidungen mit anderen. Ich möchte Ihnen das Dust Bowl-Syndrom vorstellen. Was ist das Dust Bowl-Syndrom? Was ist das Dust Bowl-Syndrom? Wo ist es das erste Mal beschrieben im Mittleren Westen der USA? Wir hatten hier in den Prärien, die Grasländer, die dort Prärien, hier werden sie Steppen benannt. Eine große Umwandlung von Prärieland in Ackerland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und Sie sehen, das sind etwas über 20 Millionen Hektar, die aus der Prärie in Ackerland umgewidmet wurden. Was passierte, und Sie sehen mal hier eine historische Aufschlüsselung, die Sie lesen können. Und wenn wir sehen, an einem Tag im April 1935 wurden 350.000 Tonnen Staub, Boden, davon geblasen. Hier ist eine sehr gute Geschichte, eine chronologie, die mit diesem Sprechland verbunden sind. Die Sprechland sind in April 1935, als 350.000 Tonnen Potschweiler wurden in der Luft geblasen. Die Folge davon waren katastrophale ökologische Verstörungen von ungefähr 140.000 Quadratkilometern. Die damalige USA-Regierung bezeichnete dieses Ereignis als nationale katastrophe. In 1935 году, in April, wurde politikами США als nationale katastrophe entschieden. Mit einem Schaden von damals mehr als einer Milliarde US-Dollar. Das wären vielleicht jetzt in der Zwischenzeit 5,5 Milliarden US-Dollar. Die Bilder sehen Sie hier. Die Folge davon waren nicht nur die ökologischen, sondern auch die ökonomischen Konsequenzen. Die Erträge gingen schnell zurück. Das sieht man auch hier den Rückgang. Der Rückgang, sofort der Rückgang der Erträge in dieser Region. Das heißt, eine ökonomische Folge waren, dass viele Farmer, Bauern, aufgeben mussten. Wir sehen hier, dass Farmer sterben. Das heißt, sie haben ihre Existenz verloren. Und natürlich auch die ökologischen und ökonomischen Probleme, insbesondere auf den Färchern. Die Folge davon, die Leute machten sich auf den Weg. Sie verließen diese Dust Bowl, diese Staubschüssel. Und natürlich, das hier in der Zeit, die Ökonomische Köln, die Ökonomische Köln sind. Das heißt, bis 1940 wanderten 2,5 Millionen Leute aus dieser Gegend in den Westen nach Kalifornien, Arizona oder Washington oder Oregon. Sie sehen hier die Bevölkerungsverluste. Das heißt, die Verlust der Regierung. Sie werden, wenn diese Aussagen, die recherchen der amerikanischen Wissenschaftler richtig sind, wahrscheinlich weiter südlich lokalisiert sein, heute in Texas. Das heißt, das Problem der Dust Bowl in diesen Bereichen ist nicht obsolet, sondern hochaktuell. Und damit komme ich zum letzten Teil, zu unserem Projekt, was wir hier haben. Und dass ich ebenfalls mit diesen Fragen, wie können wir hier eventuell zukünftig eine Dust Bowl made in Russia verhindern. Und ich wollte, dass wir in diesem Projekt mit einer anderen Ziel stehen, dass wir hier in Russland möglich sind, dass wir hier in Russland möglich sind. Einige wissen sicherlich schon, dass dieses Projekt jetzt 2,5 Jahre läuft. Es besteht aus elf Teilprojekten. Von Naturwissenschaftlern, von Ökonomern, von Klimaforschern, von Soziologern. Und natürlich in bester Kooperation mit unseren russischen Kollegen. Und nicht nur den russischen Wissenschaftlern, sondern vor allem den Vertretern der Landwirtschaft, den Färmern und den Vertretern der Administration. Und das sind die Hauptaufgaben. Und jetzt können Sie etwas hier in Russisch lesen, wo wir die vier Schwerpunkte unseres über fünf Jahre daunenden Projekten aufgeschrieben haben. Hier können Sie in Russisch überprüfen, wie ist die Landwirtschaftspraxis, wie sind die Formen der Degradation der Ökosysteme. Warum sind wir hierher gekommen, nach Sibirien? Warum sind wir hier, in Sibirien? Ja, eine Grenze zu Kasachstan. Ein weiterer Flug, ein Nachtflug meistens, wo man müde ist. Warum sind wir hierher, nach Sibirien? Warum sind wir hier noch mit dem Ressort? Warum sind wir hierher gekommen, mit Kaffee? Warum sind wir hier noch nicht in Ressort? Wie ist das Gebiet? Das Gebiet hat eine interessante Landwirtschaftspflicht. Diese Gebiet hat eine interessante Landwirtschaftspflicht. Diese Oblast hat eine sehr interessante Geschichte. Viele von Ihnen kennen Khrushchev vielleicht nicht mehr. Многие, возможно, auch Khrushcheva уже и nicht mehr. Er war derjenige, der die Selina-Kampagne umgesetzt hat. Und diese Selina-Kampagne betraf auch und insbesondere die Region der Kolunda-Steppe. Und diese Kampagne hat auch die Kolundinsteppe. In dieser Zeit der Selina zwischen 1954 und 1963 wurden in der ehemaligen Sowjetunion ungefähr 42 Millionen Hektar von Altbrach oder von extensiv genutztes Steppe in Ackerland umgelegt. Der größte Teil davon heute in Kasachstan. Hier in Kasachstan, wo sich die, sozusagen, Ackerbaufläche in kürzester Zeit ververfacht hat. Aber auch in Sibirien war in dieser Zeit, vor allem in Westsibirien, ein Zentrum der Neulandgewinnung. Und diese Neuland-Aktion ist sehr wenig in der globalen, internationalen Literatur bekannt. Sie ist aber die größte Ökosystem-Konversion, die umgestellung im 20. Jahrhundert, die wir auf der Nordhändischen Sphäre hatten. Aber es ist eine der größten Aktion, die die große Ökosysteme in die Barsche hat. Jetzt kennen Sie Ihre Stadt, wenn Sie aus der Gegend kommen, unser Gebiet hier. Ihr kennt diese Karten, weil es unsere Runde ist. Hier zwischen 1953 und 1953 hat der Ackerland von 4,6 auf 7,4 Millionen Hektar erhöht. Hier im Jahre im Jahr. Hier sieht man 61 Prozent Ackerland von 519-1999. 61 Prozent der Ackerlandgewinnung. 61 Prozent Ackerlandgewinnung. 61 Prozent der Haus tartήσiert wurden in den Barschenland gegründet. Wir haben versucht, diese Landwirtische Entwicklung durch historische Karten herauszunehmen, die vor dem Zweiten Weltkrieg aus Luftbildbeständen stammen. Und wir benutzen nach dem Zweiten Weltkrieg, die vor allem aus amerikanischen Quellen stammen, um hier eine chronologie der Landnutzungsentwicklung zu bekommen. Die Frage, die uns bewegt, welche Informationen gibt es überhaupt über diese Gegend bezüglich der Stuhl, über Windeerosion, über Dezertifikation? Ich habe mal die Frage, die uns bewegt, welche Informationen gibt es überhaupt über diese Gegend bezüglich der Stuhl, über Windeerosion, über Dezertifikation. Ich habe mal die internationalen Karten recherchiert, die von der UNO herausgegeben wurden. Welche Informationen zeigen sich über unser Gebiet? Das heißt, die globalen Wissenstände über die Region zeigen, dass hier keine Wettererosion, hier kein Problem ist. Die Realität ist anders. Und wenn Sie diese Bilder sehen, und vor allem dieses Bild, dann ähnelt das an diese Aufnahmen, diese Fotos aus dem Mittleren Westen der USA nach 30er Jahren. Das heißt, hier ist natürlich nichts mehr mit Landwirtschaft, zumindest in diesem Jahr. Dieser Staub, den man hier kennt, wird auch, wie es diese Aufnahme von Maria Sinianche war zeigt, in die Stadt Barnaul mit hineingetragen und verdunkelt. Und führt auch zu gesundheitlichen Problemen. Daneben haben wir Formen der Wassererosion mit diesen Aufragis. Und natürlich noch eine Linienhafte Verbreitung. Das ist, was wir haben. Wir haben dann versucht, mit Luftbildern diese Bodendegradation zu klassifizieren. Wir haben dann versucht, mit Luftbildern diese Bodendegradation zu klassifizieren. S помощью снимков, aerofotosnimmков, wir попытались klassifizieren diese Prozess. Und zu bilanzieren. Und zu zeigen, wie sich das räumlich und zeitlich entwickelt. Und zu zeigen, wie sich das räumlich und zeitlich entwickelt. Und zu zeigen, wie diese изменungen passieren, wie die Zeit in der Zeitung passieren. Die zeigen, dass die Bodendegradation durch den Wind, vor allem in den trockenen Bereichen, verbreitet ist. Hier sieht man, wie die Korrechte. Das ist, wie das in der Zeitung Altaik. Und sie hat sich in den letzten Jahrzehnten sogar intensiviert. Und wenn wir uns das jetzt ansehen und vergleichen. Hier mit den Gebieten, hier ist das... Wie zu sehen. Der Westsibirische Gebiet Omsk, Nobsebürst und der Altai-Kreis. Dann ist der Altai-Kreis besonders stark von winderrosion betroffen. Und bei der Altai-Kreis und der Altai-Kreis in den letzten Jahrzehnten sogar beschleunigt. Und bei der Altai-Kreis und der Altai-Kreis in den letzten Jahrzehnten Winderrosion betroffen. Die sind schneller geworden und größer geworden. Die Winderrosion betroffen. Die Winderrosion, die Wasser erosiert auch, was aber nicht glauben. Was können wir tun? Was machen wir? Wir haben zusammen mit einem deutschen Agrartechnikunternehmen, den Amazonenwerken, und den drei Farmerbetrieben, die wir hier haben für unsere Untersuchung, Versuchsfelder eingerichtet. Wir versuchen mit verschiedenen Maschinen, unterschiedliche Bearbeitungsintensitäten, unterschiedliche Pflanzen zu testen, was unter diesen gegebenen Boden- und Klimabedingungen am besten. Das große Problem dabei ist die verfügbarkeit von Wasser. Wasser für das Wachstum der Pflanzen. Und Wasser, wenn Böden mit Wasser gesetzt sind, wird die Winderrosion den Null oder minimiert. Was wollen wir erreichen? Wir wollen erreichen, dass der geschädigte Boden, der decadierte Boden, wieder stabilisiert wird und wieder gering für dich mehr Humus angereichert wird. Wenn wir mehr Humus in den Boden bekommen, haben wir eine bessere Speicherfähigkeit für das Wasser. Wir haben weniger Winderrosion. Und wenn wir den Humus im Boden aufbauen, holen wir den Kohlenstoff aus der Atmosphäre, das CO2 aus der Atmosphäre, haben wir in den Boden und haben damit erreicht einen Beitrag zum Boden, ökosystem und klimaschutz. Das heißt, ein ideales System, wo wir dem Boden dienen und dem Klima dienen. Und den Landwirten. Und hier wird sehr produktiv sein. Umso zu einem globalen Problemen, klimat, почfers und so weiter. Denn mit dem Zusammenhang mit dem Böden und dem Böden, dass das Wasser und Böden wird von der Atmosphäre, wird das Wasser nicht kommen kommen, sondern es wird eher auf das Klima getrennt. Und eine gute Verbindung mit dem Böden und Böden. Wir versuchen natürlich auch mit Hilfe unserer Kapazitäten, aber auch der Kapazitäten, die hier vorhanden sind, vor allen Dingen aus der Professur von Frau Zeyanteva, auf den Standorten, die stark degradiert sind, neue Pflanzen anzusiedeln, damit die Winderosion durch diese Steppenrevitalisierungen wieder in Ordnung gebracht wird. Und in diesem Fall wir gemeinsam mit Prof. Zeyanteva sehr interessantes Erfahrungen beschäftigen, die mit der Veröffentlichung der Steppenreise. Letzte Aussage dazu. Ein Bild zum Klimawandel. Ich weiß, dass das Problemfeld Klimawandel in Russland ein heiß diskutiertes Problemfeld ist. Und ich möchte ein paar Wort sagen über die Veränderung des Klimas. Deswegen haben wir auch einige Publikationen in Russisch, die sich diesen Fragen hier in der Region widmet. Was macht der Klimawandel in Russland und im Altai-Kreis? Was können wir dagegen tun? Und wir werden das nachher hier verteilen. Ja, und hier gibt es небольшige Braschur, in denen diese Probleme mit dem Klimawandel in Russland, in Russland und im Altai-Kreis. Wenn Sie sich diese Entwicklung der Klimawandel in West-Sibirien anschauen, sehen Sie mit roten Farben. Und hier in der Region des Altai-Kreis haben wir signifikante Hinweise auf Veränderungen der Klimawandel in der Klimawandel. In der Region geht es um 50 mm. Das sind fast 20-25 % des Gesamten. Und das hat natürlich Konsequenzen für die Landwirtschaftliche Nutzung. Was sind unsere Visionen? Visionen? Visionen. Und wo wollen wir hin? Was soll am Ende des Projektes auskommen? Wir wollen erreichen, dass eine stärker auf die jeweiligen Boden- und Klimaverhältnisse orientierte Landwirtschaftliche Praxis angewendet wird. Wir wollen, dass eine stärker auf die jeweiligen Boden- und Klimaverhältnisse orientierte Landwirtschaftliche Praxis angewendet wird. Das heißt, in der Scherlosein-Zone eine Ackerbauliche Nutzung? In der Scherlosein-Zone besser eine durch viel Wirtschaft geprägte Nutzung. Mit diesen Ideen, die wir nur zusammen mit russischen Kollegen und Fertig haben, wollen wir der Region auch Möglichkeiten geben, dass sie auch zukünftig als Landwirtschaftsregion hier im Altai-Krei, aber auch in Russland einen hohen Stellenwert hat. Das ist eine besondere Problem, die diese Anni-Erosions-Massnahmen mit diesen Windschutzkürfeln. Das ist eigentlich eine russische Erfindung aus Dokuchayev-Zeiten. Nach dem Verfall der Sowjetunion kümmert sich leider kaum jemand noch um die Pflege dieser Windschutz-Streifen. Diese ganze Geschichte geht natürlich nur um unser Projekt, wenn wir eine sehr gute Kooperation mit unseren russischen Kollegen, Wissenschaftlern, mit den Landeigentümern, mit den regionalen Akteuren in Politik und Administration haben. Конечно, важный момент, связанный с реализацией результатов, которые будут получены и получены уже в проекте, это, конечно же, работа с местными актерами, условно говоря, это и правительство, это и фермеры, это просто жители, самые обыкновенные, как wir. Und ich war gerade vorige Woche in Berlin, in unserem Außenministerium und habe dieses Beispiel vorgestellt als eine sehr gute Aktion, gerade in der gegenwärtigen Zeit, wie deutsch-russische Wissenschafts- und Wirtschaftszusammenarbeit funktionieren kann. Wir arbeiten natürlich auch in dieser Hinsicht mit den regionalen, politischen Entscheidungssträger zusammen und haben mit diesem Programm zur sozioökonomischen Entwicklung des Altai-Krai bis zum zweiten Jahr 2025 ganz wichtige Punkte, die wir mit unserem Projekt mit berühren. Und ich denke, Russland und Altai-Krai haben eine große Chance, in nahe Zukunft, wenn Russland nicht nur Öl und Gas verkauft, sondern auch Lebensmittel exportieren kann. Und wenn wir diese Forderung uns ansehen, der FAO und der UNO, dass hier Reserven in Zentralasien und Russland existieren, was die Weltbrotkörbe betrifft, dann denke ich, der Altai-Krai, die Kulunda-Steppe könnte dort eine Rolle in der Champions League mitspielen. Wir versuchen in Zusammenarbeit mit unseren russischen Kollegen dafür etwas zu tun, dass wenn von Russland berichtet wird, nicht nur Moskau oder St. Petersburg, sondern vielleicht in fünf oder zehn Jahren der Altai-Krai und die Kulunda-Steppe ganz vorne mit genannt wird. Und ich möchte sagen, dass wir mit unseren russischen Kollegen versuchen, dass wir in den nächsten 15 Jahren sprechen, nicht nur über Moskau oder St. Petersburg, sondern auch über Altai-Krai, sondern auch über den Altai-Krai, wie ein Beispiel für den intensiven Rösten und der Ökonomische Entwicklung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.